Reaktor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Ich habe mich hier beim Highlander, also bei dem 32er Modell irgendwie noch nicht so ganz für ein Build entschieden. Also theoretisch möglich wäre ja was mit Gauss-Rifle und PPCs und sowas, aber das ist so langweilig inzwischen, finde ich zumindest. Also wirklich jeder Arsch läuft da mit einem puren Long-Range Alpha-Strike-Build herum. Zweimal abdrücken, überhitzen, wieder hochfahren, zweimal abdrücken, überhitzen und das sackt echt total. Und ich habe echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Es wird jetzt leider nicht so die richtige mehr, aber ich habe mir jetzt so ein bisschen mehr was für Melee zusammengebastelt. Nämlich mit einer Ultra-AC-5-Streak-Missile, also Short-Range-Missiles, drei Stück in der Zahl, 6er, sowie 3 Medium Pulslaser. Ich weiß, es wäre noch mehr rauszuholen und so weiter und so fort, aber ich will nicht noch mehr Credits investieren im Moment oder kann auch nicht mehr Credits investieren. Und ich habe auch gerade keine Lust mehr großartig nachzudenken. Das ist eine Kombination, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Hier habe ich jetzt endlich die Möglichkeit dazu, in diesen Meck das Ganze einfach mal bequem und problemlos reinzupacken und da werde ich das auch einfach mal auskosten. Also auf lange Strecken kann ich mit dem Typen natürlich nicht so viel reißen, aber sobald mir der Gegner ein bisschen zu nahe kommt, dann hat er ziemlich verschissen. Würde ich zumindest mal behaupten. Auch wenn einen diese abgefuckten Alpha-Strike-Shutdown-Builds echt ziemlich auseinanderfetzen können, vor allem wenn mehrere Assaults da mit am Start sind, hoffe ich doch mal, dass ich hier schön was erreichen kann. Beim Upjacking, eins, zwei, drei Assaults. Also ich hatte vorhin ein Mensch, das Bestand, standen alle Teams nur aus, also die Hälfte war Assaults und der Rest glaubt Heavys, also war richtig krass. Meine balistische Waffe im rechten Arm, glaub schon, oder? Also die Sounds sind ja echt immer noch wirklich wunderbar. Aber beide mal jetzt nach drei Schussüberhitzung, ein bisschen, ein bisschen, äh, sehr arm. Was haben wir hier? Ja, da, mit AC-5, glaub ich. Nun ja, was gibt es uns so zu erzählen hier? Also dieser Kollege hier ist ja wirklich, äh, ich bin immer noch total begeistert. Also auch schon gerade in dem Long-Management-Varianten-Spacko, hab ich schon erzählt, dass der Highliner einfach wirklich sehr geil ist. Das ist ein Assault-Mac, der von den H-Points wirklich überaus flexibel ist, also viele mögliche Builds mit sich bringt, je nachdem, welche Variante man hat und so natürlich. Ist klar, aber es gibt halt einen, der mehr auf, äh, Raketen ist, einen, der mit zwei balistischen Waffen rumfetzt, einen, der nur Raketen und Energiewaffen hat und sowas. Und, ähm, da hat man wirklich viel Freiheit, um sich auszutoben, um alles mögliche auszuprobieren. Und zugleich ist es halt ein Assault-Mac mit Jumpshets, was die ganze Kiste sowieso nochmal wesentlich geiler gestaltet. Und, was sowieso der ultimative Bonus ist, ähm, naja, sind eigentlich die Jumpshets. Ja, aber was ihm nochmal halt geiler macht, er kann wirklich unfassbar viel einstecken. Also um ein Vielfaches mehr, als ich erwartet hätte. Es gab Situationen, bei denen so gedankenmäßig, hätte ich echt gedacht, dass ich dann mit meinem Stalker schon längst auseinandergenommen worden wäre. Und der, äh, Highlander sich wirklich super bewiesen hat. Und jetzt, ähm, kommst du nur drauf an, dass ich diese Variante auch irgendwie so im Kampf ein bisschen beweisen kann. Wenn ihr Tipps für irgendwelche interessanten Builds habt, ähm, für diese Highlander-Variante, lasst es mich wissen. Ja, natürlich Warning und Weapon jammed und gleich bestimmt auch überhitzt und so. Gleich war es eine doofe Idee, mitten hier ins Geschehen mit reinzugehen. Das werden wir gleich mal sehen. Zerstörte Komponenten sind aber schon mal prusik, sogar zu sehen. So, sehen wir jetzt Nexus Islander. Hier ist die Hitze-Effizenz drin, aber ich bin stark beschissen in diesem Build. Aber ihr müsst jetzt gleich auch bald ein Guba sein. Dafür bin ich, glaub ich, hier noch der Einzige, der hier so gut steht dran. Scheiße, schon wieder, jetzt aber mal schnell weg, ich werde hart auseinandergenommen. Ich hab aber immer noch Panzerung, das ist so das, was ich meinte. Jetzt bin ich so primär das von anderen Max gewohnt. Und hier drunter halt auch der Starter. Wo ich schon längst, äh, verkurter Schrott gewesen wäre. Ich meine, das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof von mir, jetzt werde ich auf jeden Fall auseinandergenommen. Wow, hat's. Ein bisschen mehr Hitze-Effizienz reinbringen, irgendwie ein paar Double-Heatings oder sowas. Und, äh, dann geht der Kollege, glaub ich, richtig ab. 392 Schaden in der kurzen Zeit. Ein bisschen in der Hitze-Effizienz schon auch. Und dann ist der Build echt nice. Also man kann damit, glaub ich, den Gäten auch ein bisschen überraschen, wenn man da auf einmal im Nahkampf so reinrushed und so einen harten Schaden austeilt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also es werden in den Tagen auch einfach noch bessere Gameplay-Videos folgen. Aber das lade ich auf jeden Fall erstmal hoch, um noch so ein Highlightender-Video am Start zu haben. Und, wie gesagt, versprochenermaßen gibt's dann in den nächsten Tagen noch mehr Cooleres. Bis dahin, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Auf Wiedersehen. Tschüss.